Die überkürzt wird es fast. Sie wissen, dass man das macht. Sie machen jetzt hier auch. So, ich denke, ich war mitten. Nein, ich habe nicht verlassen. Okay. Ich schicke. So. Die Option ist hoch. Ja. Und diesmal sind es vorwiegend amerikanische Produkte. Ich denke, das wird die Preise hochtreiben. Ich bin hier in der Kanalisation. Was machen Aufseher in der Kanalisation? Hallo? Ich habe sie gar nicht gesehen, muss ich hier halt gestehen. Ich habe irgendwas bewegen gesehen und dann war es schon zu spät. Okay. Was? Ach, F. Mist. Okay, sorry. Ich habe gerade E gedrückt, deswegen ging es nicht. Okay, Waffen habe ich auch noch nicht. Nee. Na, also. Okay, jetzt haben wir wirklich alles ausprobiert. Also, F. Stand E. Nicht schießen und hier sind Feinde. Oh, oh. Fuck. Ah, das kann doch nicht sein. Jetzt bin ich wieder das falsche Ding gehopst. Na, komm. So, tot. AK mitnehmen. Da, go, go. So, was war das? Was gibt es hier hinten noch? Nur mal nachschauen, was es hinten noch gibt. Okay. Ich dachte, ich finde hier noch irgendwas cooles, weil es so ein riesen Labyrinth hier ist, aber irgendwie noch nicht. Dann gehen wir halt zurück. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Hier ist dieses elektronische Teil, was wir vorhin gesehen haben. Und hier geht es irgendwo hoch. Ich muss meine Waffen aufstammen. Jetzt wollen mich alle töten. Was gibt es hier noch? Nicht spezielles. Ich will noch irgendwas an Waffen. Ich kann nur langsam laufen Ach du Scheiße, was soll das denn jetzt werden? Was habe ich denn so dabei? Moment Falsche Waffe Okay Welche Kameras? Hallo Welche Kameras? Geht das auch so? Nicht wirklich Hä? Wo sind die Kameras? Ach da oben Da komme ich gar nicht ran Hä? Das macht irgendwie keinen Sinn Komm ich hier rum? Ne auch nicht Hä? Achso das war die Inriegelung für hier oder was? Jawoll achso Oh Oh mein Gott Sehr schön Sehr schön Oh mein Gott Boah Na komm her Oh 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 Ich hab nichts Geh mal weiter Oh Oh Okay Wo war das? Ah da oben Hilfe Hilfe Oh Okay Einer ist irgendwo unter mir Einer ist irgendwo Einer ist irgendwo Einer ist irgendwo Oh 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 Das viele Das viele Da muss irgendwo Einer ist irgendwo Oh 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 So okay Ich glaub die Ecke muss irgendwo nur einer sein Ach da oben muss ich wahrscheinlich hin oder? Ne ich muss hier Na klar Zeit ihm in den Arsch zu treten Was ist auch sonst? So Einer weniger Okay Das wollte ich ja gar nicht Oh Okay Sehr schön Sehr schön Oh 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 Gott Ich hasse die Viecher Das ist mir dein bitte nicht ja gut okay nee ich war jetzt hätte ich jetzt endlich geschafft den typen hätte ich umbringen müssen so und ich hatte keine sprengplätze mehr weil ich alle verballert habe und dann die verstärkung naja wieso waren da auch zwei auf einmal es war da eigentlich nur eine ein scharfschütze ist da oben der ist tot aber lassen wir es mal ja 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 Wie hat er mich jetzt entdeckt? Echt jetzt? Oh mein Gott! Na komm her! Na was war? Oh, hm? Was soll das denn jetzt? Na du? Von wo? Ich lauf mal hier durch. Ah, das führt dazu. Und dann halt hier lang. Ah, für ihn ist ja irgendwann mal das erste Mal, ne? Ist das Schall gedämpft? Ich glaub's ja fast nicht. Ich werd's aber glaub ich gebrauchen jetzt. Okay, da scheint sie zu gewesen zu sein. Pass gut auf! Oh oh! Ich glaub wir haben ein Problem hier. Splittergranate? Hab ich nicht, okay. Ja. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Raus hier! Und wir rennen hier mal raus ganz schnell. Ja. Ja. Ja, komm schon. Ich achte mal auf diese Kalle und jag sie durch den Profiler. Dann kann ich sie für die Taten hier bloßstellen und diesen Ring sprengen. Ja! Versuchen Sie, untersuchen Sie verdächtige Akten, die in der Stadt finden, enthacken Sie die verdächtigen Käufer. Achso, okay, finden Sie alle 10 Akten, um eine spezielle Missionfreiheit zu schalten und den Menschenhändler zu zerschlagen. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Da muss man ein bisschen mehr darauf achten, auf diese Akten-Taschen. Mr. Pierce, der Access ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst. Von Färtern, gerne mit dem Zug. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. War klar, dass Jax das tut. Er ist kein Kind, der still sitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Da ist er. Ja, dazu warst du der nächste Aufnahme, meine lieben Freunde. Denn hier mache ich erst einmal Schluss. Denn ich muss da nicht ganz kräftig niesen und blablabla. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und... Oho, aha. Na dann, Jax, in der nächsten Folge retten wir dich. Ciao.